Ich brauche Hilfe! Beschütze die verletzte Zivilisten vor den gefräßigen Rothütten. Wenigstens ein Zivilisten muss überleben. Schaffen wir das? Oh, das ist hart. Okay, da muss ich den Scherz erholen. Da muss ich den Scherz erholen. Und Minen legen. Warum höre ich denn das bei dir schon mal doppelt? Was hast du doppelt? Was da gesorgt hat gerade. Kann ja sein. Was war denn die Schrotze? MP? Warum kann ich hier nicht hupen? Wir sind nicht zu stoppen. Hier ist der Sender von uns gehört. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte haben? Wird es jetzt mal langsam kommen? Ja, der hat mir nur noch eine Schrotze geholt. Ne, ich bin sch... Kann losgehen. Was? Du bist rechts rum. Siehst du den Typen hier? Was? Siehst du den Typen hier? Neu. Wie steht der denn noch? Leu, du bist gerade im Nichts verschwunden. Hm. Hast du den Ken oder was? Du hast dich mit der Luft gemessen. Ich hab den Take Down gemacht. Ich konnte den überfahren. Das ist bisschen buggy irgendwie, der Online-Mut ist manchmal. Ja. Wisst ihr, was viel besser eigentlich geht, wenn ihr in dort sitzt? Was denn? Können wir auch. So, Leute! Minen sind wichtig. Wie kann ich denn die Minen überhaupt legen? Ach, mit Null, ne? Mit Null, ja. Aber wir müssen wohl hierbleiben. Ja. Pass auf, dass du eine Zune an uns ranlegst. Höh? Boah, hab ich noch. Zack. Bist du da rein? Bist du da rein? Bist du da rein? Ei. Halt's mal. Guckst du auf die rechte Seite ein bisschen? Weißt du, was ich hatte in dem Modus-Film? Ist aber nicht. Ist ja Spoiler. Was denn? Königstiger. Tickst du noch ganz sauber? Wie tickst du noch ganz sauber? Hast du gerade... Ich hab dich geholfen, Mann. Kann dir auch einen Header geben, wer hat das? Ja, ein bisschen ausleuchten wir hier. Die Wieste sind bösartig. Ach. Vorsicht. Leuchten wir ein bisschen aus, ich seh nichts. Soll ich dir helfen? Ich geh mal looten, ey. Und kommt denn da jetzt noch mehr? Eigentlich schon, bis es öffert. Brennt doch auch schön. Den hör ich noch. Können tollmütig sein. Alles steht in Klammen. Ach, das war quasi wie eine Welle. Jagd, überleben, Erfolg. Alle drei sogar. Siehst du noch welche? Nein! Was denn? Hab schon wieder hier... Wingshut aus Versehen benutzt. Giftiges Fell. Weil ich die mit einer Schratze geklappt habe, oder was? Geben die noch... Giftige Haut, oder was? So, da war ein Fallschirm. Wollen wir das machen? Wo war ein Fallschirm? Hier war ein Fallschirm. Ach, Geiselrettung. Nee, das war's nicht. Aber können wir auch machen. Obwohl, das hier wäre ein Fallschirm gewesen auf dem Minimab. Na egal. Bing Suite, äh Suite, äh... Huiiii! Ach, das... Will ich den benutzen? Ja, da funktioniert er wieder nicht. Wie sah das bei mir aus? Buggy? Du bist einfach nur geflogen. So. Jedes Mal, wenn ich ihn nicht benutzen will, geht er auf. Und wenn ich ihn benutzen will, geht er nicht auf. Minen können ja aber immer noch liegen. Bisschen Angst. Unwahrscheinlich. Bumm. Ist denn hier Feuerwerk? Prügeln die sich schon wieder? Ganz komisch. Ach, endlich erstmal wieder einen Tee trinken. Dann wird alle die Farga nie in Gefangen genommen haben. Vielleicht müssen wir mal Militionen aufrüsten, schnell. Hilf mir! Kannst du selber helfen? So! Sind das ja? Ich bin eine Geisel! Hey, warum ist denn der hier drinnen gefesselt? Ritte mich! Was sollen wir an das krass? Meine Familie haben sie auch. Bitte! Du musst sie retten! Sonst tut es niemand! Ich mach das schon! Hast du schon mal so einen Mörser benutzt? Nee. Die sind richtig geil. Ja, komm, das probieren wir vorher noch. Ach, das waren die Dinger, die vor uns ja angeflogen kommen. Scheiße, wie kommen die denn da hoch? Hast du schon mal einen Tabbel gesehen? Geht doch! Na! Scheiße, wie kommen wir denn da hoch? Was muss ich denn... Ach, hier, ich kann das jetzt... Hast du das nicht oben? Ja, ich bin schon oben. Dann rüst mal das Ding aus und schieß mal so, dass du es sehen kannst. So direkt vor dich quasi. Aber nicht so weit vor dich. Guck mal, da drüben sind ein paar Gegner. Ne, ein paar von uns. Soll ich die mal abschießen? Ne, ne, ne. Jetzt musst du hinschauen. Hoppala. Hast du es gesehen? Jo. Das ist übelst geil. Irgendwie sind gerade zwei von uns draufgegangen. Okay. Warte, ich stell mich zu dem weißen Ding her. Ich seh dich. Weil ich zieh genau auf dich drauf. Ich weiß nicht, ob ich hier stehen bleibe will. Oh. Ich seh das Licht. Das Ding fetzt aber, wie ich sage. Ich hätte dir geholfen. Ach so, bist du wohl mit nem Wing? Ja, bin schon da. Ich dachte, du würdest mich jetzt sehen, wie hier Volkai angeflogen kommt. Nee, ich hab leider ausgegeben. So, Geisel. Radon. Wir, die hab's auszusehen gekillt. Auszusehen. Ich seh. Wie viele wandert? Zwer von uns. Okay. Verluste gibt's immer. Wir kommen. Wir kommen. Oh, da stehen schon welche. Einer ist schon tot. Hast du gerade geschossen? Ja. Du hast doch angekündigt, dass wir kommen. Ey. Meine, meine zwei sind weg. Ey. H3 Headshots. Ach nee, das war's noch nicht. Geil, da unten ist ein Fisch. Das musst du. Oh, guck mal. Fisch ist. Die musst du ernten. Ich bin mit Wing-Suit hier reingeblogen. Das ist alles, was ich habe. Nimm es bitte. Du wirst mal die Geiseln schnell befreien, ne? Ja. Bitte. Nimm das für uns. Ich glaube bestimmt nen Take-down von unten. Noch eben? Wieso gibt's denn hier? Huren gegen Karma. Bin ich verarschen? Nimm das als Dank. Hast du die alle gekillt hier? Ne. Ich glaube, jeder lebt noch. Ja. Warte den mach ich. Huuu. Huuu. Hau. 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 Du kannst dich aber auch töten, indem die dich angreifen. Da kannst du dich quasi so hier wehren mit ganz viel S drücken oder D oder so. Ja, mit A drücken sollte ich gerade. Ja und da tust du jetzt den zweimal das Messer in den Kopf rammen und dann warst du so. Ja. Das hatte ich jetzt schon mal irgendwie. Da sollte ich D drücken, ne? Aber hab ich D gar nicht gedrückt. Ich hab F gedrückt die ganze Zeit. Pfff. Na gerne, da war's. Und nicht passiert. Ja. Ich hab da gesagt, die Ortskenntnisse der Tastatur sollte eigentlich nur da sein. Bist du dran verreckt oder? Ja glaub ich dran verreckt. Mir ist das noch nie passiert. Also du kriegst dann kein Leben abgezogen, sondern verreckt. Und brennt der Baum. Welcher Baum? Auch das könnte ich gewesen sein. Da stand so ein Fass unten drunter. Scheiße, ja. Bitte nicht! Bitte nicht! Was hast denn du gemacht? Ich hab nix gemacht, ich bin nur mit ner Waffe reingelaufen. Was war das? Daniel! Terror! Hör auf! Jetzt darf doch Angst haben. Hör auf! Ja ist ja gut. Ich hab nicht eingetötet. Geh. Jetzt wird es bei mir mit eingehen. Äh, was haben wir denn jetzt auf der Karte noch? Wo fahren wir jetzt mal hin? Fahren wir runter zu Tierthau und machen dann mal ein paar Missionen oder wollen wir eher in Richtung Norden fahren? Und hier vielleicht noch ein Glockenturm. Ich weiß nicht, in welche Richtung es dann weiter geht. Ich glaube, dass... Ah genau! Du wirst lachen, ich habe nicht mehr von der Map freigeschalten wie du. Ne, doch, den Turm habe ich noch freigeschalten. Also genau, den wollte ich gerade nicht machen. Und die zwei Außenposten. Weil in der Nähe von Radio Guard, die bei der anderen Festung ist, nämlich dann die nächste Mission. Und da würde ich gerne haben, dass das freigeschalten ist. Also fahren wir zu dem Glockenturm. Jo. Wollen wir vorher noch den Außenposten hier, guck. Da liegt doch ein Weg. Nee, erst den Turm, erst den Turm sonst. Gibt es da zu wenig Informationen. Ich sehe immer gar nichts. Okay, kann man da irgendwie mit dem Boot hinfahren? Ne. Hinterher. In jeder Atem tut ein Geschenk. Noch besser wäre natürlich schnippen. Au! Ich habe es nur zuschnappen gehört. Warte. Du musst kurz häuten. Ja, ich warte. Du musst auf, dass du es näher sagst. Da ist auch noch ein Zwitter. Boah, da sind noch ganz viele. Na, schaut mal ordentlich hier. Oh! Hast du mich gerade angeschossen? Ja. Hör auf! Du nimmst keinen Schaden, du wirst nur rot. Er hat nur so rot wie den Fenster. Alles gut fest. Warte mal. Siehst du das? Bei mir. Guck auf mich. Der hat den Stingelfinger auch. Ja, guck. Pass auf. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Warte mal. Wir können doch erstmal so eine Maske stiebitzen. Die Masken müssen doch kaputt gemacht werden. Nee. Ich heb die immer auf. Außer wenn es da rankommt. Da schießt es schon kaputt. Was? Das ist übrigens die erste. Ich wusste nie was das bedeutet. Ich hab das heute. Ich hab vorhin hier beim Heatsmeet ins Let's Play mal reingeguckt. Da hab ich das gesehen. Echt? Mit den Masken. Ich wollte nicht wissen was passierte in dem Kloster wenn du den ausgewählt hast vorher. Da hast du im Kloster nämlich nicht diese Vorbereitungszeit gehabt. Hallo. Irgendwie lecken wir gerade ein bisschen rum. Hallo. Ja. Komm her. Das ist eine Sackgasse. Mein Freund. Und jetzt die. Und ein Kletterpfad. das war nur man die augen baby meine pfeile mein tier hä ah was ist ein hell ich dachte man könnte zu zweit nicht klettern smilehagen kann ich dein los machen ich wollte die grüne pflanze haben wir aber da unten das ist scheiß hier hast du schon mal ein bienenstock gehabt nein die zahlen bei mir keine miete jetzt muss ich hier schnell weg ah was kommt denn hier hoch oh was mit dir passiert warte ich helf dir hier lass los steuerung das ist jetzt ein ernst gleichzeitig hochklettern warte ich mag diese kletterhaken irgendwie das ist das geilste was es gibt so ich glaube das war ein feindlich besetzter turm was ist ein feindlich besetzter turm warum das ist ein feindlich besetzter turm das will ich nicht einnehmen es gibt doch gleiche da sind keine gegner das ist ein feindlich besetzter das ist ein feindlich besetzter das ist ein feindlich besetzter verbindlich besetzter das ist ein feindlich besetzter das ist es das ist das auf der straße gehen wir die straße da unten ist irgend so ein trakt die mache ich noch schnell kaputt daher kommt gleich ein moppel in dem musste kind steht ihn offen auf den dingen nein ich will mich nicht nähe das passen begeben scheiß wurde ich zitiert hier deportiert ihr habt doch kurz den track kaputt gemacht oh guck mal was da vorne ist wollen wir snipern zu zweit ich sniper belauter ne außerdem ist das ja meine sniper ich nehme den rechten drei also willst du den linken was ist denn das ach komm die da vorne kriegen jetzt mal einen reingedrückt zu ich habe eher gehad ist egal ruhe ist einfach aber einfach ruhe die karre sieht noch nicht aus wie neu blick dir was du tust junge kommt da noch einer ich habe auch das ist ein tiger dann gehe ich auf um Calling wir leben weg